Mit großer Freude lade ich dich ein, heute etwas für dich selbst zu tun. Ich rufe dafür die Engel der Fülle, denn sie werden heute für dich wirken. Dafür, dass du ihre Worte und Energien besonders gut aufnehmen kannst, bitte ich dich, dich zu zentrieren. Du kannst dies tun, indem du das Licht von Smarana einatmest. Das vollkommene Licht der Liebe aus Gottes Gedanken fällt, in dich einatmest und dich mit dieser Energie ausdehnst. Tue dies, indem du Smarana denkst. Indem du dich an Gott erinnerst, an seine Nähe, seine Nähe fühlst und auch deine Verbindung zu ihm fühlst. Deine Seele dehnt sich aus und erinnert sich an deine Ursprünglichkeit. Sie erinnert sich daran, dass alles in dir in wunderbarer Fülle angelegt ist. Dass du alles trägst, was du brauchst. Dass du alles, was du brauchst, schon lange in dir trägst. Doch dass es manchmal wichtig ist, diese Dinge zu aktivieren, zu reaktivieren und zu stärken. Und aus diesem Grunde führt dich nun deine Seele ganz zurück, wo deine Energie ihrem Ursprung entspricht. Lasse dich von den Energien tragen, welche deine Seele für dich bereitgestellt hat. Die Engel der Fülle begleiten dich und so kommst du in das Feld der Fülle. Und dort mach es dir bequem. Ruhe dich aus und entspanne. Denn nun werden die Engel der Fülle all das in dir lösen, was dich hindert, in die Fülle zu kommen. So werden alte Glaubenssätze gelöscht, welche den Mangel bestätigen und verstärken. So werden Strukturen aufgelöst, welche dich festhalten lassen an Mangelsituationen. Positive Energie fließt ein. Positive Energie fließt ein. Dehnt dich aus. Und die Engel beginnen zu singen. Sie singen Wundervolle Energien, welche dich in die Fülle tragen werden. Spreche währenddessen sie singen folgende Sätze nach. Ich habe Geld im Überfluss. Die Fülle begleitet mich auf allen Ebenen meines Seins. Geld fließt zu mir und trägt mich in großer Fülle durch mein Leben. Mein Leben ist reich und erfüllt. Ich lebe im vollsten Überfluss. Ich bin reich auf allen Ebenen. Geld ist gut. Mit Geld kann ich viel Positives bewirken. Ich danke dem Geld, dass es im Überfluss zu mir fließt. Ich danke dem Geld, dass es sich von Tag zu Tag vermehrt und dich Positives damit bewirken kann. Die Engel der Fülle verankern alle Töne deiner Worte in deinem Energiesystem. Du wirst jetzt neu ausgerichtet. Du wirst jetzt neu ausgerichtet. Lasse du Lasse du alles los, was dich klein macht und hindert, die Fülle anzunehmen. und gebe dich dem wundervollen Gefühl hin, reich zu sein, alles im Überfluss zu besitzen, was für dich gut ist. Die Energien tragen dich und dehnen dich aus. Die Engel der Fülle sind bei dir. Und so tragen sie dich mit deiner Seele zurück in deine Räume. Die Energien wurden verankert und du bist neu ausgerichtet. Nehme dir jetzt ein wenig Zeit und gebe den Energien Raum, sich in deinem Körper den Platz zu suchen, wo es gut für dich ist. Die Engel der Fülle verabschieden sich voller Achtsamkeit und Freude, denn sie sind sicher, dass dir Gutes geschah. Und so begleitet dich der Gruß von Smarana und schließt jetzt die Botschaft der Fülle von den Engeln der Fülle Smarana Winter in der Fülle nach in der fur Untertitelung des ZDF, 2020